So. Was ist das? Was schwimmt denn da? Was ist denn da? Das ist irgendwas Großes. Was ist das? Was ist das? Ist das? Das ist ein Berd. So sieht das aus. Das Wasser kommt dann von da, kommt dann da rüber und geht dann hier zum Wasserfall. So und das ist das Stehen und die Markierung hier, die könnt ihr beim Bruce auch sehen, auf dem Stehen. Das ist der Baum. Er ist natürlich halt ein bisschen gewachsen. So ist der Bruce. Hier haben sie gestanden, er und das Mädel. Und da ist er hergekommen. So ist das halt. Na, da war der Brut und hier war der Erich. Alles klar, bis dann, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020